Wer sonst? Wer bin ich denn? Der Sackmann. Aber mit Speer? Hä? Was ist denn das gemacht? Ich habe keinen Speer. Du hast einen Dreizack bei mir gerade nahen gehalten. Also der Dreizack hier, der bei dem Savini. Das sah ja cool aus. Was sollen das, Peter? Könntest du das bitte lassen? Ach, bin ich bei dir? Das war eine Nullnummer. Das war eine Nullnummer. Ja. Ich denke immer, das dauert am Anfang viel zu lang, was ich mache. Zu den ersten 20 Sekunden musst du eigentlich schon alle entscheidenden Schritte einleiten. Was soll denn das? Warum gehst du doch schon in die Hütte rein? Hm, das weißt du doch. Nee, die Frage ist, warum gehst du rein? Was willst du denn da drin? Hallo? Alles präparieren. Ja, aber in der Hütte. Ja. Wenn da so viele Türen sind. Man könnte natürlich echt schon mal gucken, wo das Telefon ist. Weil wenn man das weiß, kann man da ja auch wie so eine Falle machen und immer wieder hinfliegen. So, bin ich jetzt hier richtig? Siehst du, wenn das Licht angeht? Gibt keinen Sinn. So, was wurde denn schon gemacht? Nichts. Perfekt. Du hast auch noch keinen getötet. Du hast auch noch keinen getötet. Ich sehe so viele Blasen hier. So viele Babots. Was? Du siehst so viele Blasen. Haha. Aha. Oh. 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 Nicht wahr? Schätzlein? Hm. Oh. 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 Wieso? Oh. 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 Ich habe es abgelegt. Und auf einmal rennen sie alle her. Oh, ich bin schon wieder falsch. Kann ich nicht so dumm sein. Ich brauchst du Zeit. Das stimmt. Und das ist es, was du am wenigsten hast. Ja. Was ist das denn? Hä? Ah. Da hast du uns mal wieder ausgetrickst. Wieso? Können Tommy nicht rufen, weil du ja schon alles deaktiviert hast. Die sind schon wieder alle auf einem Haufen. Ich glaube, das wird gleich hier ein bisschen smashing werden. Das geht mir schon auf den Sack hier. Ich muss dich dann töten jetzt. Das ist klar. Das weißt du genau. Na, musst du erst mal die Türen wieder aufmachen. Du alter Stenker, Bertz, ey. Du alter Stenker. Was soll denn das jetzt? Nebendran sind sie alle. Nicht hier? Lass das. Hallo. Meine Güte, ich habe noch keinen umgebracht. Jetzt reicht es nochmal. Wo sind die denn? Hier. Tatsache. Immer noch da, wo ich alles eingeschlagen habe. So extrem viel Licht ist das denn wahrscheinlich. Fuck you. Wie hörten sich das da bei euch an? Geil, oder? Und da sind sie alle wieder weg. Können sie auch gern machen. Oh, Leute, guckt doch mal bitte auf die Map. Jetzt guckt keiner auf die Map. Ey, wir haben echt original, haben die nichts gemacht. Die sind einfach nur in der Hütte und machen nichts. Original. Ich lasse mich gerade los, ein Messer? Nö, hast du nicht. Wer ist? Komisch. Nee. Ich lebe meinen Traum. Das weiß ich doch. Die Betonung liegt auf Lebe. Ich lebe. Hm. Hm. Keine Ahnung. Ach gut, hier oben war ich glaube ich noch nie. Das ist ja richtig schön. Düdl, 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 düdl. Bam. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ach, so ein Blödsinn. Nee, es ist so. Es ist... Keine Ahnung. Ja, es soll im nächsten Jahr werden scheißhaus erwischt. Weil die echt richtig kacke spielen. Sie bleiben zusammen, machen aber nichts. Richtig übler Mist. Ist halt so, wenn das Team nichts macht, hast du keine Chance. Endlich machen sie mal was. Können sie gern versuchen. Passt immer noch eine Falle hin. Das Ding hab ich da hingelegt, als ich dich rüber gelockt hab. Da dachte ich mir, vielleicht kann es ja irgendjemand mal einbauen, der es auch kann. Und jetzt nach, naja, neun Minuten, haben sie endlich mal die Lunde gerochen. Natürlich hat er ein Kackmesser. Ihr Fitter. Ihr Fitter. Nicht mehr lange. Das sag ich euch. Das könnte schon der... Nee, das war noch nicht der Schlag. Aber einer fehlt. Dann bin ich müde. Bitteschön. Nee, der blendet mich noch nicht. Ich hätte reingeguckt. Ich probiere noch eine Falle hinzulegen. Komm schon, eine geht doch hier noch hin. Komm schon. Und? Wie sieht's aus? Lass mich. Wie kamst du darauf, dass ich auf dem Scheißhaus bin? Weil ich vorhin schon da drin war und die Tür offen war. Ja, okay. Was ergibt Sinn? Ja, los, bau ein jetzt. Wie? Oh Gott, nervt das. Die nervten sich schon die ganze Zeit, aber es war klar, dass sie ihn nicht hat. Hey, wer ist denn da im Schrank? Da ist doch einer im Schrank. Alter, wie viele Scheißfallen passen da bitte noch hin? Also, da sind wieder zwei Fallen, wo man reintreten muss. Insgesamt vier Fallen. Okay, jetzt bin ich schon mal zufrieden. Es waren schon mal vier. Oh. Also drei reichen dir nicht mehr. Doch. Klar. Klarolus. Na. Na. Hat er bei Weitem nicht gereicht. Nehm das. Gott ey, bis man 20 Mal das Ding gedrückt hat. Was soll denn das jetzt? Was willst denn du hier? Was soll das denn? Hä? Nichts. Was soll das? Doch. Weißt schon, was das soll. Ey, das ist jetzt nicht euer Ernst. Gib das Ding jetzt wieder her. Ich muss sagen, daneben. Daneben. Oh. Schlitterschuhe. Schlitterbaum. Apfelbaum. Apfelbaum. Das ist doch das, was du willst, was er da in der Hand hat. Naja, ich weiß nicht, was... Er hat es mir rübergebracht, aber... Ha. Ich frage mich, wo die Fuse jetzt ist. Die habe ich da hingebracht. Und was ist das Resultat? Jetzt schleppen sie es extrem weit weg. Walsch. Der hatte schon mal einen Autoschlüssel. Okay. Ey, da schleppen die die Fuse wieder weg. So ein Blödsinn. Ich habe dich doch längst gesehen. Da draußen vor dem Tor. Da draußen vor dem Tore. Was war da? Verstandest du? Neu-Ribus. Nimm das. Was ist leider... Naja, doch. Von der Zeit her könnte ich es schaffen. Das ist nur da. Da, 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 da. Ein Glück hat er so rumgeschrien. Das ist nur frech. Was? Das ist schon frech. Er hat es jetzt wieder nicht gemacht. Sie hat es jetzt nicht gemacht. Ja. Ich habe mich hingestellt. Ich habe gewartet, dass du kommst. Den Hammer X. Und sie steht da und glotzt in die Kamera mit ihrem fetten Gluckdown. Du hast mich schön angeguckt. Alter, mit ihrem Ex auf Teilmuster. Was soll ich machen mit diesem Fenster? Da kann ich ja nur frische Luft reinlassen. Ja, du bist Savini, Jason. Da hat es dir jetzt echt Glück. Das ist wieder irgendwie so ein komischer... Naja, kein Bug, aber dass das wieder mal nicht funktioniert hat. Ansonsten wäre nämlich nach vier Minuten... Natürlich, sonst hättest du es geschafft wie immer. Ja. Aber trotzdem bringe ich dich immer um. Naja, immer nicht. Stufe 91. Stufe 105. 3.600 Punkte. Na, 1.800. Ja, gut, also Jason ist immer mehr. Stimmt.